Willkommen zur Vorstellung der Opsi-Erweiterung Kiosk-Mode oder auch Software on Demand. Es geht hier um das Problem, ob bei der Grundinstallation eines Rechners dieser nur mit der notwendigsten Software ausgestattet werden soll, um ihn schlank zu halten und dann eventuell einen erhöhten Aufwand zu haben, um von den Anwendern gewünschte Software nachzuinstallieren oder ob man von vornherein versucht, alle potenziell möglichen Tools auf den Rechner zu packen, um dann einen insgesamt höheren Update-Aufwand zu haben. Die Lösung dafür ist Software on Demand oder auch Kiosk-Mode. Ich erlaube dem Anwender, dass er Installationen über die Softwareverteilung anfordert, ohne damit den User Helpdesk zu belästigen. Das funktioniert darüber, dass Softwarepakete über Produktgruppen für den Kiosk-Mode bzw. Software on Demand freigegeben werden und der Anwender kann dann diese freigegebene Software über eine Anwendung für seinen PC anfordern. Dabei erfolgt die Installation nicht durch den Anwender selber, sondern durch Opsi. Das heißt, der Anwender benötigt keine Administratorrechte und die Software wird genauso installiert, wie der Sys-Admin das im Opsi-Paket festgelegt hat. Schauen wir uns das mal in der Praxis an. Wir haben hier unser Opsi-Management-Interface. Zunächst gehen wir mal in die Serverkonfiguration. Hier haben wir den Bereich Software on Demand. Der ist per Default inaktiv geschaltet. Der muss jetzt mal zunächst aktiv geschaltet werden. Und dann haben wir hier noch die Produktgruppen, die für Software on Demand freigegeben sind. So, das erspeichern wir jetzt mal und gehen auf die Produktkonfiguration. Und wählen jetzt hier mal die Gruppe Software on Demand. Und sehen jetzt hier, habe ich schon vorausgewählt, drei Produkte. Da könnte ich jetzt noch zum Beispiel den Adobe Reader hinzufügen. Jetzt werden wir hier vier Produkte speichern, das Ganze. Jetzt haben wir in der Produktgruppe Software on Demand, haben wir vier Produkte zugewiesen. Und jetzt gehen wir mal zu den Clients. Ich wähle hier einen Windows-Client aus und gehe zur Produktkonfiguration. Die Applikation, um Software durch den Anwender auswählen zu können, wird über das Produkt Opsi-Client-Agent zur Verfügung gestellt. Wenn der Opsi-Client-Agent in der richtigen Version schon installiert ist, dann genügt es, hier ein Update zu fahren, damit die Applikation und der entsprechende Eintrag im Startmenü installiert wird. Gehen wir jetzt hier mal zu unserem Client. Hier wird jetzt der Client-Agent gestartet und der installiert uns jetzt das Update vom Opsi-Script. Das heißt, er stellt fest, okay, der Software on Demand-Modus ist jetzt aktiviert und wir sollten jetzt hier das entsprechend installieren. Hier finden wir das dann auch direkt oder beziehungsweise auch hier unter Opsi-Org Software on Demand. Die Applikation, die jetzt hier startet, holt sich die benötigten Daten über den lokalen Opsi-Client-D vom Server mit den entsprechenden Web-Service-Requests. Dieser Umweg ist aus Sicherheitsgründen notwendig und dauert eine gewisse Zeit. Danach haben wir hier auf dieser Seite die Gruppen, die uns zur Verfügung stehen. Wir haben hier die Product-IDs mit den entsprechenden Produktnamen, den Installations-Stati und den möglichen Action-Requests. In dem Fall sind jetzt alle unsere vier Produkte nicht installiert. Wenn ich hier draufklicke, sehe ich eventuell vorhandene Beschreibungen und Versionshinweise beziehungsweise Abhängigkeiten und Prioritäten. Möchte ich jetzt als Anwender beispielsweise den 7-Zip haben, kann ich hier ein Action-Request setzen. und kann jetzt hier die Aktionen speichern. Jetzt werden der Action-Request zum Server zurückgeschrieben. Es werden mögliche Produktabhängigkeiten aufgelöst und jetzt kriege ich zurückgeliefert, was tatsächlich installiert werden soll nach Auflösung der Abhängigkeiten. 7-Zip hat keine weiteren Abhängigkeiten. Jetzt habe ich hier die Möglichkeit zu sagen, okay, bei nächster Gelegenheit, beim nächsten Reboot soll installiert werden oder es soll direkt jetzt installiert werden als Push-Installation. Ich wähle jetzt mal die Direktinstallation aus. Das heißt, jetzt sollte sich hier der Opsi-Server gleich bei dem Client melden, um eine 7-Zip-Installation anzuwerfen. Der Agent, den wir hier vorgeführt haben, der kann nicht nur eine Produktgruppe verwalten, sondern Sie können dem Kiosk-Mode auch mehrere Produktgruppen zuordnen. Sie können das auch Client-spezifisch machen. Das heißt, ich gehe hier mal bei dem Client in die Host-Parameter unter Software-on-Demand und sage, okay, ich habe das Maschine schon mal vorbereitet, noch zwei weitere Gruppen, die in die Software-on-Demand-Freigaben aufgenommen werden. Und wenn wir jetzt wieder zu unserem Client zurückgehen und sagen Reload, dann sehen wir zunächst mal, dass der Installationsstatus von 7-Zip auf Installed geht und nach einem Neustart werden wir auch sehen, dass wir jetzt auch mehr Gruppen zur Verfügung haben. Der Installationsstatus von 7-Zip ist jetzt installed. Um jetzt auch die Gruppen neu zu sehen, starten wir die Applikation neu. Und wir sehen hier schon, wir haben jetzt hier drei Gruppen und einen zusätzlichen Eintrag alle Gruppen. Jetzt werden für diese drei Gruppen die Daten geladen. Eventuelle Überlappungen werden beiseite gelassen. Und ich habe jetzt eine Fülle von Applikationen. Und da kann es jetzt hilfreich sein, um schnell interessante Produkte zu finden, dass ich hier ein Such- oder Filterfeld habe. Also beispielsweise, wenn ich mich dafür interessiere, was habe ich denn in Sachen PDF hier, dann sehe ich, ich habe die Möglichkeit, Flash Player, PDF Printer, der Ghost Script hat auch was mit dem Free PDF Printer zu tun. Oder sagen wir mal, welche Editoren habe ich denn hier. Dann bekomme ich hier verschiedene Produkte. Gesucht wird nicht nur in der Produktideen, Produktnamen, sondern auch in der Produktbeschreibung und im Hinweis und im Installationsstatus, so dass ich relativ schnell hier meine passenden Produkte finde. Ich kann auch prüfen, ob von den installierten Produkten eventuell Upgrades anstehen. Das ist in diesem Fall jetzt nicht der Fall. Und auf diese Art und Weise hat der Anwender eine mächtige Applikation, um schnell zu suchen, was an Applikationen, die er selber anfordern darf, installierbar ist. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.